BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Die letzte Saison hat mit dem Titel geendet. Es hat heute lange so ausgesehen, als ob die neue schon wieder mit einem Titel beginnt. Und dann ganz kurz vor Schluss noch der Ausgleich. Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, sicher. Das ist so kurz nach dem Spiel eine große Enttäuschung. Vor allem, weil aus unserer Sicht natürlich dürfen wir dieses Spiel nie im Elfmeterschießen beenden. Sondern das musst du halt über die Zeit bringen. Ein kurioses zweites Tour dann auch. Sicher unglücklich und hat ein bisschen das Glück gefehlt im Elfmeterschießen. Sondern die ich nicht calmere, als nächstes Mal. Diese 100. Die 100. Die 100. Die 100. Vielen Dank.